Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Fink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee in Kehrbach... Dann entlösen wir die Westen. Aber sind zwei Fehler, nein, ein Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Nein, nein. Ich habe einen Fall, aber ich mag gerne für eine chopste Rei. Das war's für heute.